Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um einen Quick-Tipp und zwar zum Thema Gewitterfotografie. Denn aktuell haben wir noch Hochsommer und draußen steigt die Wahrscheinlichkeit mit jedem Tag, dass es wieder ein Gewitter gibt und gestern Abend war es wieder soweit gewesen. Da konnte ich unter anderem dieses Foto machen, habe dazu gleich noch einen Timelapse gedreht. Gar nicht so hochprofessionell, aber es ging eher um die Übung, Gewitter zu fotografieren. Das ist etwas, was ich jetzt nicht so oft mache, weil ich selbst zum einen nicht oft draußen bin, wenn es gewittert und zum anderen, weil das jetzt nicht so mein Favorite ist, aber ich finde es sehr spannend im Lernprozess. Also darum geht es mir vor allen Dingen nach dem Shooting mitzunehmen, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen, woran muss ich denken und darum geht es heute in diesem Video. Grundsätzlich, bevor wir damit anfangen, natürlich Safety first. Das heißt, wenn du rausgehst, um Gewitter zu fotografieren oder andere Wettereskapaten, achte bitte zunächst auf dich, dass du in einem sicheren Ort bist, dass du dich irgendwo aufhältst, wo dir nichts passieren kann. Das ist wirklich das, was vor allem steht und noch vor einem tollen Foto oder einem tollen Instagram-Post. Achte bitte auf dich und deine Sicherheit. Ich hatte es gestern einfach. Ich konnte von meinem Balkon aus, also relativ häuslich nah, fotografieren. Hier noch am Stadtrand. Das Problem ist hier so ein bisschen die Lichtverschmutzung. Du hast dann eben die Straße mit drauf oder Laternen oder andere Häuser. Das kann gut aussehen, das kann aber auch stören. Nur, du solltest wissen, im Vorfeld, wenn du dich draußen aufhältst und das alles sicher, ist es in der Regel besser, wenn der Ort etwas dunkler ist ringsherum, sodass du möglichst nur das Licht von dem Gewitter dafür einfängst. Was habe ich dazu verwendet? Also, ich habe die Canon benutzt, hier die R5 in diesem Fall. Das ist aber egal, welche Kamera. Du kannst quasi fast jede Kamera hernehmen, die ein relativ gutes Rauschverhalten hat. Das muss kein Vollformat sein. Das kann auch APS-C oder MFT sein. Das ist egal. Das geht auch mit dem Smartphone natürlich. Ich hatte jetzt die Canon hier dabei und die wollte ich gerne benutzen. Und mit dem 35er, wir kommen gleich noch auf die Technik zu sprechen, aber die Kamera ist im Grunde fast egal. Hauptsache ist, du hast eine Kamera, wo du alles einstellen kannst, also alle Parameter der Fotografie und du hast ein Stativ. Das brauchst du unbedingt, denn wir werden Langzeitbelichten und das ist aus der Hand eher sehr schwierig, auch wenn die Technik schon sehr weit ist. Also, du stellst dein Stativ auf, montierst deine Kamera drauf und in der Regel vom Objekt und vom Objektiv her empfehle ich dir eher, das 24-105 zu nehmen oder ein 24-70, also ein Zoom-Objektiv. Du kannst aber auch, wenn du jetzt gar nichts anderes hast, natürlich auch eine Festbrennweite nehmen. Somit empfehle ich dir aber eine Festbrennweite möglichst bis maximal 35 Millimeter zu nehmen. 50 kann dann schon sehr nah an den Wolken sein, ja, als Portrait, Close-Up von den Gewitterblitzen, ja, okay, das geht. Aber ich empfehle dir eher, irgendwas unter 50, vielleicht sogar unter 35 zu nehmen, einfach weil du da ein bisschen mehr drauf bekommst und dann nachher noch zuschneiden kannst. Also, du brauchst die Kamera, du brauchst das Stativ und du brauchst ein Objektiv, was möglichst einen etwas größeren Zoom-Bereich hat. Und das Objektiv muss gar nicht so lichtstark sein, also irgendwie 1,4er, 1,8er Blende, weil wir mit der Blendeneinstellung auch höher gehen. So, und wenn du jetzt dich fragst, wie du das Ganze fotografierst, wenn du es aufgebaut hast, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt damit an. Also, du nimmst die Kamera, schaltest sie ein auf den M-Modus, den manuellen Modus und du stellst eine Belichtungszeit von circa 3 bis 4 Sekunden ein. Je nachdem, wie auf die Blitze kommen, wie hell es draußen ist, 3 bis 4 Sekunden einstellen. Den ISO-Wert möglichst herunterregeln, also fang ruhig bei ISO 100 an und stell die Blende auf circa, ja, Blende 5.6, besser wäre Blende 7 oder Blende 8. und ganz wichtig, du musst vorfokussieren. Das heißt, du musst dein Objektiv auf manuelles Fokussieren schalten und dann per Hand scharf stellen, denn du kannst Blitze nicht so schnell scharf stellen mit dem Autofokus und die Wolken scharf zu stellen, wenn es dunkel ist, ist in der Regel auch sehr kompliziert. Also hat mir der Canon zum Beispiel nicht funktioniert gestern. Von so her empfehle ich dir einfach auf manuell scharf zu stellen. Die neueren Kameras bieten ein Fokus-Peaking an, wo du siehst, welcher Bereich scharf ist und dann siehst du in der Regel auch die Wolken dann markiert und weißt, dass du dann darauf fokussiert hast. Also, du stellst das alles so ein und das Problem ist, dass die Blitze eine sehr kurze Abbrenndauer haben in der Regel. Also sie flackern nur ganz kurz auf. Deine Kamera muss aber vorher ausgelöst haben. Also wenn du in dem Moment erst auslöst, dann ist es in der Regel zu spät, weil du nicht mehr genug Licht auf das Bild bekommst. Also etwas vorher auf gut Glück fotografieren und die Kamera laufen lassen. Das ist das Erste, was du tun solltest. Und das Zweite, unbedingt viele Bilder aufnehmen. Also du wirst sehr wahrscheinlich viele Bilder an dem Abend aufnehmen, weil du den Moment nicht abpassen kannst. Du weißt dann nur nicht selbst, wann kommt der nächste Blitz. Also mach ein Foto nacheinander. Ja, du könntest in den Balb-Modus gehen. Das werden jetzt viele sagen. Also unendlich belichten. Hat aber den Nachteil, dass das Bild dann irgendwann zu hell ist. Spätestens, wenn viele Blitze aufgetaucht sind oder wenn du am Stadtrand wohnst, irgendwie noch Häuser in der Nähe sind und Laternen, dann wird es eher stören und du wirst eher Probleme haben, das Licht zu kontrollieren. Also den Balb-Modus würde ich nicht empfehlen, sondern eher den M-Modus. Und wenn du viele Fotos machst, das ist halt so ein bisschen die Challenge, dann wirst du in der Regel auch sehr bald ein Bild dabei haben, was dann hell genug war und wo du den Blitz eingefangen hast. Wichtig ist zu bedenken, dass du die ISO immer anpassen musst, wenn du das Gefühl hast, das Bild ist zu dunkel. Also wenn das Bild zu dunkel ist, dann gehe ruhig auf ISO 400, ISO 800 hoch. Lass die Blende ruhig, so bleibt Blende 7, Blende 8 geschlossen. Ich würde sie nicht weiter aufmachen, je nachdem, wie gut deine Kamera eben ist. Aber in der Regel, bei mir war es gestern so, dass ich zwischen ISO 400 und ISO 800 dann die besten Bilder hatte. Darunter war es zu dunkel und darüber war es dann einfach schon zu hell und ausgebrannt. Und so ein bisschen Wolkenstruktur und Blitz wollen wir erkennen können und noch ein bisschen auskitzeln können. Das ist schon alles. Also die Parameter im Vorfeld bedenken und natürlich jedes Bild analysieren, sodass du sicher gehst, wenn das Bild zu hell war, hast du nachgeregelt. Das Bild ist dann ein bisschen dunkler beim nächsten Mal oder wenn es zu dunkel war, genau entgegengesetzt. Und kümmere dich nicht so sehr darum, wie hoch die ISO jetzt ist. Das kann man in der Regel heutzutage alles gut rausrechnen lassen mit der modernen Software. Es geht eher darum, dass du rausgehst, dass du fotografierst, auf dich aufpasst, dass du aber vor allen Dingen ausprobierst und im Nachhinein feststellst, wenn etwas schiefgelaufen ist, woran hat es gelegen und was kannst du beim nächsten Mal besser machen. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Lust gemacht und hat dich motiviert, rauszugehen, so fotografieren oder zumindest auch mal, ja auch abends mal zu gucken, was passiert am Himmel, was könnte ich da vielleicht fotografieren. Und lass mir unbedingt einen Kommentar hier, ob du das Ganze schon gemacht hast, was deine Erfahrungen dazu sind. Lass uns gerne alle miteinander profitieren. Und wenn du der Meinung bist, das Video hat dir geholfen, hat Spaß gemacht zuzuschauen, lass gerne einen Daumen nach oben hier, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!